Willkommen zurück auf meinem Kanal. Für heute hatte Fernando Alonso auf Twitter eine Entscheidung angekündigt. Um 17 Uhr war es dann soweit. 2019 wird er nicht mehr für McLaren in der Formel 1 fahren. Es ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, wohin der Spanier im nächsten Jahr wechseln wird, aber die IndyCar-Serie ist wahrscheinlich. Das bedeutet auch, dass er nicht für McLaren in den USA fahren wird, weil er sich in seiner Stellungnahme bereits vom britischen Team verabschiedet hat. Der britische Rennstall bedankte sich für Alonso's Dienste. Er sei Teil der Geschichte von McLaren und reihte sich in der Liste der ehemaligen Fahrer bei McLaren ein. Sie wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Er sagte in seiner Stellungnahme, dass er nach 17 wunderbaren Jahren eine Veränderung vornehmen möchte und weitergehen möchte. Er habe diese Entscheidung bereits vor ein paar Monaten getroffen und bedankte sich bei jedem in diesem Sport. Der 37-Jährige wird auch in der WEC bis ins Jahr 2019 hinein weiterfahren. McLaren muss jetzt mindestens einen neuen Fahrer, wohl eher zwei neue Fahrer finden, da Van Dorn dem Spanier klar unterlegen ist. Kandidaten für die Cockpits wären Landon Norris und Carlos Sainz. Jetzt brauche ich mal eure Stimme. Hat sich Alonso richtig entschieden? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Das war's mit dem Video. Hat's euch gefallen? Dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bis morgen zu einem neuen Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank.